Darf ich, darf ich, darf ich auf die Toilette gehen? Darf ich, darf ich etwas fragen? Darf ich, darf ich etwas sagen? Darf ich, darf ich mein Buch nehmen? Darf ich, darf ich mein Heft suchen? Darf ich, darf ich die Tafel wischen? Darf ich, darf ich meinen Bleistift spitzen? Darf ich, darf ich kurz aufstehen? Darf ich, darf ich meine Nase putzen? Darf ich, darf ich in die Pause gehen? Darf ich, darf ich die Übung machen? Darf ich, darf ich das Beispiel lesen? Darf ich, darf ich das Fenster öffnen? Darf ich, darf ich die Tür schließen? Darf ich, darf ich? Darf ich, darf ich auf die Toilette gehen? Darf ich, darf ich etwas fragen? Darf ich, darf ich etwas sagen? Darf ich, darf ich mein Buch nehmen? Darf ich, darf ich mein Heft suchen? Darf ich, darf ich die Tafel wischen? Darf ich, darf ich mein Bleistift spitzen? Darf ich, darf ich kurz aufstehen? Darf ich, darf ich meine Nase putzen? Darf ich, darf ich kurz aufstehen? Darf ich, darf ich mein Heft suchen? Darf ich, darf ich die Tafel wischen? Darf ich, darf ich mein Bleistift spitzen? Darf ich, darf ich kurz aufstehen? Darf ich, darf ich meine Nase putzen? Darf ich, darf ich kurz aufstehen? Darf ich meine Nase pusten? Darf ich?